direkt weiter in die ebene 11 wir gucken mal hier goldbrigade urkonstrukt das heißt hier brauchen wir auf jeden fall hier haben wir zusammenziehen zusammenziehen gefliederte pilzbestia ok das sollte mit dem gleichen teams eigentlich funktionieren vielleicht machen wir hier oben noch eine mona rein so noch mal hier das team irgendwie so ein mona ist auch stark mit kann you so alles ist alles wasser verkehr sind stark mit kann you Das war's für mich. sobald er ja 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 mehr als 60 prozent beim beschützen des ziels das gibt mir alles gerade sagen ja 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 60 prozent wird aber auch ein knappes ding glaube ich so ebene zwei oder tel das für den ersten raum nur das ist aber ein kleiner nachteil von kazuha die reichen war noch ein charakter der gegenseitig er gefühlt die ganze karte zusammen das sehe ich ja immer wenn ich mit Lil in den Sphären bin ich ziehe da einfach alles zusammen und knallere alles in meiner Art schon übel so das hat funktioniert man hat die Dosen weg mal ein bisschen Oh mit der dame steht auch noch ein bisschen Ich biege das jetzt mal. Aber nur BD. Ich muss nur mir in das Zeugeteen zu stecken. Sooo. Ebene 3. Okay, das war erst Ebene 2. Er hat sie in der ersten Zeit, so können Sie nicht mit der Erachtung. Die Erachtung des Zollernos in der Erachtung des Zollernos. Die Erachtung des Zollernos. Da ist ein Geist-Tremium, der sich auf der Erachtung aufzulegen. Das war's für mich. Nein, nein, das muss ich nicht sein. Ich bin so happy Kazuha und Yangtai, die wir heute haben. Ich bin nur in der Handkrieg. Na, nach die Schuhe, leubert so. Was müssen wir denn aufladen, ich müssen das nicht machen sollen? Ok, da bin ich gesp... Oh ne das war das letzte, ne? Er hat gut sterben können. Jetzt kommt diese Filzbeste. In der Hoffnung. Mordhaft. Es ist auch ein Wettbewerb. Die sind nicht nur auf der Fuglende, die sind nicht nur auf der Fuglende. Die sind nicht nur auf der Fuglende. Das ist ein Wettbewerb. Ja, ein Wettbewerb ist nicht nur auf der Fuglende. Ja, ich habe die Fuglende hier. Aber ordentlich damit. Das wollte ich schon aufpassen, wenn er mich 3x mit Jan 3x bestellt. nicht volle sterne nicht volle sterne aber mein gott das reicht auf jeden fall das reicht auf jeden fall so ein sammeln und das sind 150 300 400 games okay das war's vom grunden abgrund leute danke fürs zuschauen dann muss man und wir sehen uns auf jeden fall in der nächsten folge genshin impact oder rein